Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Rodrigo Salazar macht ja gestern erstes Bundesliga-Tor und brachte uns damit auch mit einzelnen Führungen. Es war eine starke Einzelleistung von ihm, ein Tor auch des unbedingten Willens. Natürlich war auch logisch, dass dann auch unser Arena wirklich förmlich explodierte. Der Jubel kannte ja keine Grenzen mehr. Und insgesamt kann man sicherlich sagen, war Salazar einer der auffälligsten Spieler bei uns und sicherlich mit einer der wichtigsten auf dem Platz. Sicherlich war es aber dann auch umso überraschender, als Salazar nach ungefähr 65 Minuten ausgewechselt wurde. Wir führten ja zu dem Zeitpunkt mit 1 zu 0 und plötzlich nahm dann unser Trainer Frank Kramer den offensichtlich besten Spieler an diesem Abend herunter. Und natürlich war da die Frage, warum er das gemacht hat und beide klärten das vollkommen legitim und logischerweise meiner Meinung nach nach dem Spiel auch auf. Für die Bundesliga-Spiele musst du fit sein, für die Offensive und Defensive. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung des Trainers, sagte Rodrigo Salazar nach dem Gladbach-Spieler Mixzone gegenüber Ruhr24. Für ihn sei nämlich auch die Auswechslung okay gewesen. Und der Hintergrund ist durchaus interessant. Wenn ich nicht bei 100% bin, kann ich dem Team nicht helfen. Und deswegen ist natürlich die große Frage, hat vielleicht Salazar einfach noch ein paar Fitnessprobleme? Ich kann 90 Minuten spielen, erklärte Salazar direkt, fügte aber auch an. Wenn ich nicht 100% fit bin, dann gehe ich lieber raus. Und dass die Fitness des Spielers der Grund für die Auswechslung war, hat ja auch dann nochmal Frank Kramer bei der PK bestätigt. Ein offensiver Spieler ist so lange gut, solange er frische Beine hat. Wenn man ihn besser kennt, sieht man, da fehlt die Frische und das können wir uns nicht leisten, so Frank Kramer. Salazar gebe halt einfach mal eine erste Minute an Vollgas, weshalb es aktuell einfach nicht für 19 Minuten reiche. Der Trainer erklärte dazu, die Intensität ist für die Spieler Neuland. Und tatsächlich sei auch einfach in der Bundesliga im Vergleich zur 2. Liga noch einmal ein höheres Fitnesslevel nötig. Und das bestätigte auch Salazar. Die Geschwindigkeit ist anders, die Qualität der Spieler auch. Ein kleiner Fehler kann direkt zu einem Gegentor führen. Das Spiel geht die ganze Zeit auf und ab. Und somit muss sich eben Salazar noch ein bisschen an das Niveau gewöhnen. Werden die Diskussionen auch schon mal in der vergangenen Saison, wo der noch Kramotzes mal gesagt hat, dass er eben da rankommen muss, dass er eben auch wirklich über 19 Minuten Vollgas geben kann. Auch das ist im Jetzt-Thema. Aber ich denke mal, Frank Kramer hat da vollkommen recht damit. Dann lieber 60, 65 Minuten Vollgas geben, statt irgendwie das auf 19 Minuten zu verteilen und dann einfach nicht mehr so gut zu sein. Weil an der Fitness kann man natürlich auch noch arbeiten. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. Anna Le Schalker. Anna Le Schalker.